Mein Leben hatte auch eine Waage. Ist was passiert? Wir sollten abhauen. Micha und wir drei sollten einfach ein neues Leben anfangen. Und die merken das sowieso nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guck dir die doch mal an. Sind die alle gleich? Man kann nicht alle in einen Topf werfen. Sie sind alle gleich, wenn du das alles wüsstest, Micha. Wir haben es da nicht mehr, Alter. Wie die schon die Hose hat, ey. Guck dir die mal an, Alter. Sieht mal einen Knackarsch, oder was, Alter? Nein, das ist ja das Problem. Sie interessieren sich gar nicht für mich. Die fragen nicht nach der Schule, die fragen nicht, ob ich Probleme habe. Die fragen nur, ob ich Geld brauche. Hier ist gar nichts drin. Nur Bier. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Aller sei Ihnen Dank, Frau Hujana. Wann ist die nächste Stunde, Hujana? Nächste Woche Samstag um 20 Uhr, Inshallah. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Nein, das war40ruppen. Ich habe Hunger. Wir sehen uns beim nächsten Mal.